Da will immer so einen Hunger von Volksreden. Was essen? Ich hab wieder 800 Schuss. Kann erstmal wieder ein bisschen draufballern. Ich hab noch 1000. Kann noch Granaten schmeißen. Ja, ja. Achso, nee, da hab ich nur noch 100 jetzt. Dauerfeuer, was ist da los? Ja, das sind ja genug Gegner für Dauerfeuer, also. Das stimmt. Ist ja nicht so, dass es ungerecht wird. Aber wir schießen alle gleichzeitig. Jetzt haben wir noch diesen Dreifach-Sound. Wird ja immer besser. Ah, da oben ist gerade eine Kanone gespawnt. Ja, das hab ich auch gesehen. Ich kann hier gar nicht rein. Könnt ihr da rein? Oh, ich bin gleich tot. Wieso können da auf einmal Kanonen spawnen? Das ist irgendwie unlogisch. Die wurden von den Dinos aufgebaut. Die Dinos, die noch kommen werden. Nein, nein. Ich werde dauernd getroffen, weil ich dauernd in die Kugeln reinlaufe. Ich halte mich erstaunlich gut. Ich mach ja mal mit dem Granatlancher so ein bisschen rum. Oh, ich hab noch ein Leben. Ne? Da hinten ist Leben. Du darfst nicht sterben, dann können wir dir das gleich holen. Hinterein ist es nicht. Ne, ich bin tot. Aber ich hab wieder weniger Munition gekriegt. Sehr schön. Ja, wenn man stirbt, kriegt man ein bisschen Munition immer wieder zurück. Bleib einfach hier stehen. Hier werde ich weniger getroffen. Alter, es werden einfach nicht weniger. Ich hab nur noch sieben Energie. Ich muss jetzt die... Ah, ich bin tot. Scheiße. Ich muss jetzt die... Ah, ich bin tot. Vielleicht kriegen wir ein extra Leben. Oh ja. Das Tor ist zu. Jetzt ist hier zu. Hä? Wieso ist es jetzt... Resam, öffne dich. Wieso ist es jetzt... Ach so. Weil da ist noch eine Kanone. Vorsicht, 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 Vorsicht. Extra life. Das ist voll die Verarsch. Das Tor geht zu. Du wunderst dich warum und links und rechts von dir spawnen die Mörser. Ja, schon. Das finde ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt hier rein. Man kann nicht durch. Man kann da nicht durch. Es ist... Wieso ist das unsichtbar? Wir müssen wahrscheinlich erst alles töten. Oder wir sollen da noch nicht hin. Okay, die Musik ist ruhig. Nein. Das war eine kurze Abendpause. Aber wir können jetzt aber rein. Ah, okay. Die Tür geht nicht auf. Hier ist Rüstung und Leben. Da kommen wieder Gegner irgendwo. Oh, und ich sehe Zombies. Und jetzt ist hier... Ach, das ist... Und ein riesiger Teufel. Zombies, wo? Da hinten durch die Container durch. Zombies. Und ein Raketenturm. Und Minigun-Zombies. Und Lizards. Wow, die Container platzen hier irgendwie auf und da sind auch... Ja. Aus allen Ecken. Aber Munition. Harry, du bist ein Lizard. Ich kann mir dieses Bild nicht entdecken, wo Harry... Hier sind wir so Minigun-Typen. Die ich voll will nicht aushalten. Oh, und diese Beißen. Albinos. Albinos. Ein kleiner und ein großer. Opas. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Stimmt. Oga. Was? Opa? Ja. Der kotzt Zombies. Ja, schon. Jetzt nicht mehr. Das ist ja mein Lebenstraum. Zombies kotzen. Oh. Warum liegt hier eigentlich mal Munition für die Schrotflinte, wenn wir die gar nicht benutzen? Ja, weil du die halt... Das ist deine letzte Waffe, die du hast, bevor du zu den Pistolen greifen musst. Ja. Stimmt. Das wäre blöd, wenn du da keine Munition mehr mehr hast. Nein. Der Keks greift mich an. Ah, Albinos. Moment. Ein Granatwerfer. Hier. Frisst das. Warte, 8. Hier. Das hier. Das hat gar nicht gewirkt. Ja, geht doch. Du musst gedrückt halten, wenn du die 8 nimmst. Allgemein kannst du den Grenade-Launcher und die Cannon aufladen. Ach so. Okay, gut zu wissen. Ach so, da hinten ist... Hä? Ah, hier sind Raketen. Kanone. Oh nein, wir haben einen sehr großen Platz vor uns. Nein. Ich komm nicht wieder zurück. Ja, und wir werden irgendwie mit Ammo überhäufen. Ja, nein. Ich will nicht Munition, aber ich komm nicht wieder zurück. Shit. Du hast aber einen Klär, bitte hin. Ich will hier durch. Okay, erst noch ein bisschen Munition einsammeln, bevor Ariakos nicht rankommt. Toll. Hm, Munition. Nee, du Munition. Wer schießt hier bitte Raketen? Welche von den Waffen? Der Raketenwerfer, den wir noch nicht haben. Ach so. Wir haben einen sehr großen Platz. Oh. Ich hab' ne Idee. Stimmt. Da ging aber schnell down. Ja. Serious Bombs. Ich hab auch noch zwei davon. Pass auf. Kaboom. Boah. Okay, die andere bewahr ich noch meinen auf. Ja. Würde ich auch sagen. Oh, hier ist noch eine. Oh, da ist noch eine. Tatsache. Serious Bombs. Hier ist bis hier ist Bombs. Jetzt hab ich wieder zwei. Da stehen... Hier stehen überall Geschütze. Ja. Überall Geschütze. Ich zeige mir noch eine an. Und Minigun-Munition. Und hier ist so ein Gefährt. Nein. Achso, ich dachte du willst es. Ja, meins. Hier ist noch ein Gefährt. Was? Oh, noch eins? Krass. Drei oder zwei? Zwei, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich hab eins. Mist. Ich bin rausgeflogen. Ich hab's umgedreht. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Ne, du kannst es wieder aufstellen. Ach, Green is full. Ja! 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 Was ist jetzt noch eins? Ich fahr die jetzt einfach um. Ist mir egal. Das ist wie, äh... Wie heißt das? GTA? Nein! Ich weiß ja nicht, wie du GTA spielst. Nein, aber ich... Ich rede von... dem, was man auf dem Jahrmarkt immer fährt. Was machen die Hubschrauber da? Autoscooter. Achso, ja. Autoscooter. Nur, dass man auf dem Jahrmarkt normalerweise keine Leute umfährt. Ja gut. Naja, vielleicht schon. Da ist doch keine Raketen schießen im Teufel. Und keine... Was ist das denn? Was sind denn das für laufende Öfen oder... Oh... Das sind so Monster-Spawner. Das sind die... Was? Rosa Bälle, die jetzt laufen können. Wow! Die schießen ja mit Scheiße auf uns. Was macht die Hubschrauber hier eigentlich? Darauf schießt man gefährlich richtig. Die Hubschrauberpiloten sind besoffen, glaube ich. Mein Gefährt schießt nur irgendwie nach vorne. Also... Also nicht nach vorne. Ja, natürlich nach vorne. Aber halt so einen Meter vor mir, wenn die Schüsse einfach stehen. Ja schon, aber sie fliegen schon weiter. Okay. Aber irgendwie die Grafik ist bei mir auch gerade ein bisschen verpackt. Können wir diese Bomber da abschießen, die diese Dinger runterschmeißen? Ja. Ja, die Hubschrauber, die sind ein bisschen sehr komisch drauf. Die Hubschraubers. Helicopters. Ja, aber ich treffe die, glaube ich, nicht. Ne, die haben unendlich Leben gefühlt. Haben wir nicht Clodovic vielleicht? Hast du zufällig einen? Ich glaube nicht. Achso, aber... Moment, ich habe ja noch einen Baum hier. Pass auf. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie da? Oh, ich habe ja noch einen Hangar geöffnet. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so toll. Kaboom. Nein, wo ist mein Gefährt? Mein Gefährt ist kaputt. Verdammt. Jedes Mal, wenn die Hangartüren aufgehen, kommt da wieder so eine Reihe raus. Ja. Und mein Gefährt ist irgendwie... Ich wurde rausgeschubst? Äh, da sind zwei fette. Oh, ziemlich fette. Oh, ja. Wo ist die Kanone? Da. Ach, schön, dass man mit dem Gefährt auch springen kann. Mein Gefährt ist kaputt. Ach, ich habe die Cannon, ja. Ich habe keine Ahnung, wo meinst du ist. Ich bin ausgestiegen und dann war es weg. Vielleicht wurde es getötet. Vielleicht ist es wieder hinten. Ja, oder ist es tot? Weil meinst dann auch nur noch recht wenig Leben. Noch nur extra Leben. Oh, jetzt wollen wir aber ab hier. Richtig, Kopter sind so blöd. Ja, die setzen immer voll auf, gell? Ja. Irgendwie haken die aneinander fest und... Wir fliegen in Gebäude rein. Aber man kann die... Wir sind alle besoffen. Achten, da kommt hier so ein Granatwerf-Ding. Also wenn ihr Munition braucht, hier hinten liegt noch wieder ganz viel. Minigunnen und Kanonenkugeln und... Okay, dann komme ich mal hinter. Joa, ich bin auf dem Weg. Eine riesige Satellitenschüssel. Was gucken die hier für Fernseher? Soll ich dich beschleunigen? Hast du wieder ein Gefährt? Ja. Oh, cool. Da hinten steht noch ein Gefährt, gell? Na? Alles fit? Ja. Danke. Oh ja, warte, hier ist ein Gefährt. Nein, nein, nicht aussteigen. Was? Wo ist noch ein Gefährt? Ach da, hier. Hier in der Ecke steht noch eins. Oh, ich bin direkt runtergefallen. Äh, irgendwie kann es sein, dass wir die Flieger noch abschießen müssen? Ich weiß nicht. Kann sein, ja. Dann setzen wir uns am besten mal in die Geschütze, oder? Und jetzt voll. Eins hab ich zerstört. Eins hab ich zerstört. Eins hab ich auch schon zu Fuß zerstört. Und es geht weiter. Schneemann. Was? Was? Ja, Schneemann. Oh, nice. Oha. Ein U-Hinger-Mikrofon fest. Was? Meine U hing am Mikrofon fest. Oh, ich glaub wir frieren gleich fest, oder? Ja, wir müssen einen warmen Platz finden. Echt jetzt? Hat die komische Tussi gesagt. Oh, hier ist ein Extra Life. Die Musik ist gut. Dann müssen wir einfach quasi durchlaufen. Wir auch. Er ist tot. Ich denke wir müssen jetzt alles töten. Ja, aber wir können hier nicht weiterlaufen. Wie sollen wir dann einen warmen Platz finden? Huch. Ich glaub wir frieren alle. Ich glaub wir frieren alle. Geld! Ich hab schon so Frostdinge. Ja, ich auch. Die in der Mitte des Bildschirms sind. Fast. Die Tür ist lockt. Das ist nicht gut. Wir können uns mit Granaten aufwärmen. Hier geht's rein, hier geht's rein, hier geht's rein. Oh, geil. Oh ja, hier geht's rein. Oh, bei der Ofen. Oh, schön. Ah, ich will auch. Es geht schon wieder los. Ah, okay. Hier ist Wärme. Lass aber hier drin bleiben und Granaten rausschmeißen. Okay, okay. Wir können aber nicht die ganze Zeit hier drin bleiben. Warum nicht? Weil wir weiter müssen. Äh, genau. Oh. So. Aber schade. Okay, das Tor ist offen. Ja, dann gehen wir wieder raus. Der Wohnen ist auch rutschig irgendwie, oder? Kommen Sie so sofort? Ja, der ist rutschig. Stirp-Helikopter. Als ihr denkt, es laggt. Nein, das ist rutschig. Hier ist ein Schneemann. Hat er einen Raketenwerfer? Nein. Oh, schade. Boah, fettes Geschütz. Ich hoffe, wir können einfach rein. Naja. Hat schon jemand den nächsten warmen Platz gefunden? Ja. Ja, hier. Bei LVD und mir. Äh, wo? Und da ist wo? Äh, du musst quasi... Du siehst den Helikopter, oder? Ach, da. Ja, ich seh's schon. Aua, aua. Hilfe! Oh, der schießt voll rein. Hier hängt er wie fest. Was ist mit der Tür los? Äh, sie hat eben irgendwas erzählt von Terminal in Hangar 2 oder so. Ich hab aber nicht gelesen, was sie wollte. Ich auch nicht. Ich hab gar nicht gesehen, was sie erzählt hat. Also, dass sie überhaupt erzählt hat. Ich schon, aber ich hab's nicht gelesen. Bin ich so der Leser in solchen Spielen. Aber in Scourge liest du ganz viel. Man hat auch nicht so viel Zeit zum Lesen, weil man immer ballern muss. Ja, eben. Ist hier, hier kann man nicht rein. Wenn man liest, dann stirbt man. Genau. Genau das gleiche wie Brems, der verliert. Das ist wichtig. Muss ich nochmal kurz aufwärmen. Ach, da ist ein... Sachen drin. Der Schneemann hatte Sachen da drin. Oh, hier, hinter euch Schneemann, 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 Schneemann tot. Oh. Hier ist Bombe. Hier ist Bombe, yeah. Hier, wir kommen jetzt weiter. Hier ist Bombe voll. Oh, da muss ich die ja mal benutzen. Oh, ja. Ich hatte noch nie einen voll. Kann ich hier hoch? Wie viele braucht man denn, wenn man die voll hat? Drei? Ne, mit vier glaube ich. Warte, ich kann es dir sagen. Ich brauche einen warmen Platz. Ja, mit drei ist voll. Ich mache erstmal ein bisschen Platz. Ich muss mich irgendwo aufwärmen. Aufwärmen? Oh, stimmt. Ich auch. Äh, äh. Ich bin gerade voll am erfrieren. Ja, ich auch. Wo ist der warme Platz? Äh. Ich verliere Mist. Wir müssen wieder zurück. Ich gehe gerade nach vorne. Ich hoffe, hier ist irgendwo was. Ich gehe gerade zurück zum warmen Platz. Oh Mann, ich glaube, ich bin gleich down. Ich nicht. Ich bin im warmen Platz drin. Oh. Epische Zwischensicht. Hier, ich habe... Nein, ich erfriere immer noch die Sau. Ich nicht. Ich bin gerade im warmen Raum. Ja, verdammt. Wo bist du? Also, ich stehe hier quasi im... Na, da wo auch hin waren. Ich stehe hier im offenen, aber ich erfriere nicht. Also, hier ist irgendwie ein wärmer Platz. Ich schon. Ich gehe jetzt mal... Ah, hier ist ein Hangar. Und ich werde natürlich voll angegriffen in dem blöden Ding. Hier oben die Treppe hoch. Da ist auch wie ein warmer Platz. Wo ist denn eine Treppe? Ja. Was ist das F-to-Use? Okay. Epische Zwischensequenz. Okay. Wir müssen den Fahrsteller benutzen. Ja. Was ist denn da in dem Hangar? Oh, da ist die Hühnermaschine, oder? Ja, genau. Was, die Hühnermaschine? Ja. Oh, hier gibt es Munition. Minigamunition und so. Genau, hier. Ihr müsst den Knopf drücken. Für das Huhn. So, hier sind noch Gegner. Hier, nimm eine Granate. Da ist dein Huhn. Und dann müsst ihr den anderen Knopf drücken. Oh. Hey. Ich hab dich getötet. Hey. Komm. Hallo. Das war aber keine Absicht. Ja, ja. Alles ausreden. Ich wollte nur das Huhn platt machen. Hab ich... Nee. Und was macht das Huhn dann? Das Huhn ist dann platt. Okay. Oh, auf der Brücke stehen ganz viele. Es kommt erst ein Huhn raus und dann kannst du den anderen Knopf drücken. Ja, und was passiert dann? Dann wird das Huhn zermatscht. Oh. Cool. Dann gibt's einen Chick. Ah. Bob, es ist instant gegrillt. Ja. Durch den Druck. So, ich mach mal die auf der Brücke da tot. Aua. Nein. Oh, jetzt hast du nicht mehr gegrillt. Tötet ihr jetzt die ganze Zeit Hühner? Nein. Ich hab jetzt nur einen Hühner gekillt, also ey. Oh, das. Äh, ja genau. Oh. Oh. Schneemann. Wo seht ihr mal Schneemänner? Ich hab noch gar keinen gesehen irgendwie. Ja, weil wir die alle schon platt machen. Also hinter euch war auf jeden Fall schon mal einer. Den hab ich nicht platt gemacht. Also hier oben ist wieder Waren. Oh, das ist gut. Achso, das ist auch der, äh, der, äh, Aufzug. Der Fahrstuhl. Genau. Mhm. Aber ich mag sowas irgendwie gar nicht, wenn du irgendwie draußen nur, wie viel Grenze Zeit rumlaufen kannst. Ah. Okay, wofür haben wir jetzt Punkte gekriegt? Ich hab einen Schatz angesagt. Äh, hey, 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 was soll das? Tschüss. Hey. Viel Spaß. Ich erfriere jetzt. Wie dreist der ist. Ach nein. Hey, wenn man sich hier in den Schacht stellt, dann erfriert man nicht, dann wird man aufgewärmt. Ja, wie cool ist das denn? Hab ich eben auch schon festgestellt. Was irgendwie unlogisch ist, aber naja. Wenn er jetzt aber runterkommt, dann wär's nicht mehr wahrscheinlich tot. Ja. Ist dann jetzt nicht ein Portal für euch? Ähm. Nein. Nö, wir werden einfach hochgeportet. Ach doch, hier ist ein Portal. Du bist einfach reingelatscht. Achso. Blindfisch bin ich. Von was? Da ist nichts raus.